Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stella Blade. Heute ist 100. Folge Jubiläum. Deswegen feiern wir heute da hinten an diesem Krüppelbaum. Ich mag so Krüppelbäume. Bei Elden Ring ziehen die mich auch immer an. Super und jetzt ist hier noch nicht mal irgendwas bei dem Krüppelbaum. Ich bin maßlos enttäuscht. Ich wollte gerade voll krass meine 100. Folge Stella Blade voll feiern. Schrecklich. Oh, waren wir hier schon mal? Hier sind so Trümmerhaufen. Bitte lass uns hier noch nicht gewesen sein. Bitte nicht. Oh, da liegt schon mal was. Hä? Wie kommt man da hoch? Warum steht da oben was rum? Ich will da hoch. Seht ihr das? Da oben steht was rum. Das steht ja nicht umsonst da. Wohl doch. Ich hätte mir da so schön... Weißt du, da hätten sie einfach mal so einen Engel dran lehnen können. Hätten sagen können, oh ja, hier ist der Engel und der ist voll kaputt und so. Ja, voll schön. Wir sind da hinten wie ich auch hin übrigens. Was soll das? Das ist jetzt bei Eltern nicht gegeben, dass man da nicht hinkommt. So, was haben wir denn hier überhaupt? Wer lädt denn hier den ganzen Müller? Müller. Das war ja auch so krass, gell? Habe ich das schon mal erzählt? Ich weiß es nicht. Ähm, als wir in Ägypten waren, haben wir gesehen, wie die in... An der Hotelanlage haben die die Palmblätter abgeschnitten. Da haben die in blaue Plastiksäcke verpackt. Haben diese blauen Plastiksäcke genommen. Und dann haben sie die tatsächlich in der Wüste verbuddelt. Also da bin ich ja fast vom Glauben abgefallen. Wie kommt man jetzt da hoch? Ich habe ein Problem damit, irgendwo hinzukommen und dann, also... Und dann geht's nicht. Das... Das dürfen wir gleich wieder nicht weiter, weil hier blöder wird. Äh, hier wird's doof. Was ist denn hier überhaupt los? Was soll das denn? Das Spiel ist auch irgendwie gemein. Das suggeriert einfach, wenn irgendwo ein Haufen Gegner sind, dass da was Gratzes liegt. Und dann ist da gar nichts. Vor allem, wie viele seid ihr denn? Hallo? Mach doch mal ein Punkt hier. Mach doch mal ein Punkt hier. Mach doch mal ein Punkt hier. Da unten waren wir auch schon, oder? Da unten waren wir auch schon, oder? Da unten waren wir auch schon, oder? Ha! Kiste! Wird da was gefunden, wo wir noch nicht waren? Ach, und ein Manek auch. Das ist ja super. Bedauern von Scavenger 173, es ist zu spät, wir können nicht mehr zurück, es ist alles meine Schuld. Ich habe alles falsch gemacht. Nein, nein, ich will nicht sterben. Ja! Kann man es jetzt hier rausschieben? Ja. Ja! Ja! Oh ne, da ist so viel was zum Schwingen. So, wir sind schon mal richtig. Och, hier liegt hier noch einer, hallo. Guck ich aber jetzt überhaupt noch hoch? Ach ja. Hey. Ja, ein Outfit! Bitte nicht für die anderen, dieser Müllmann war ja für den Adam und gar nicht für sie. Alltagsmatrose. Ja! Ah! Jetzt lohnt es sich endlich wieder hier Krempe zu sammeln. Okay, ich will noch einen. Hey, hier ist direkt ein Camp. Ach, das habe ich doch gar nicht gemacht. Was ist denn hier los, ey? Okay. Cool. So sehen wir. Ach, wir können direkt mal gucken. Alltagsmatrose. Ja, gefällt mir jetzt nicht unbedingt so. Aber okay, wir haben Neues. Alltagsmatrose? Nein, natürlich nicht anziehen. Ich mag aber auch diese Hosen. Ich finde es immer schade bei den Hosen, dass die so einen Bund haben unten an der Hüft wie normale Hosen. Dadurch sehen die oben einfach nur so ein bisschen verlängert aus. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Liegt hier eventuell noch irgendeiner rum, der sich versucht hat zu schützen? Warum ist denn das Vieh eigentlich hier? Das ist okay, okay. Wir machen das mal noch rum, damit das nicht da ist. Au! Ich fehl mich jetzt nicht wegen der Heile. Nun gut, wo sind wir überhaupt? Ach ja, hier krätschen wir rum. … ... Oh, mir geht es gar nicht mehr so gut. Aufstehen. Mikrospule. Okay, zu dem Haus gehen wir auch noch, aber hier erstmal gucken. Ai, ai, ai. Oh, mir geht es gar nicht mehr so gut. Oh, mir geht es gar nicht mehr so gut. Ich will mal gucken, ob hier oben noch irgendwas ist. Wie weit dürfen wir gehen? Ah, so weit nicht. Ich meine, das ist ja auch hier sehr potenziell gut dafür geeignet, dass hier irgendjemand dran lehnt einfach in diesem Ding. Da vorne ist die Oase, da wo wir eigentlich hinwollen. Guck mal, was wir hier haben. Hä, was ist hier los? Au, au. So. Wie komme ich jetzt da hoch? Hier. Ach ja. Das Gold weiß uns den Weg. Komme ich auch hier hoch? Nee, da darf man nicht hoch. Ach ja. Guck mal da. Die Pioniere von Arktek erschließen das grüne Land. Arktek strebt stets nach einem besseren Leben. Wir, die stolzen Mitarbeiter von Arktek, wollen uns von dem bösen Einfluss Orkens befreien, ein grünes Land außerhalb von Sion schaffen und dort eine ARK bauen, um unseren Kunden ein sicheres und erfülltes Leben zu ermöglichen. Jenseits der Naitibas, der großen Wüste, jenseits der trostlosen Sümpfe und der Salzwüste liegt ein grünes Land, das Paradies. Von dort stammen wir. Dort wurden wir geboren und nun können wir dorthin zurück. Investieren Sie in Arktek und werden Sie zu einem hochgeschätzten Kunden der ARK. Unsere Investoren werden über die Position des grünen Landes informiert, denn nur Arktek weiß darüber Bescheid. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Also beeilen Sie sich. Wir bedanken uns für Ihre Spende. Ich finde den Spendenlink unten in der Infobox. Aha. 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 Wie komme ich jetzt da hin? Das Wichtige ist erstmal, hier hochzukommen. Okay, so schwierig ist das nicht. Das Wichtige ist jetzt, den Code für diese Kiste zu kennen. Okay. Das könnte all das ihnen gehören, wenn sie Arctic beitreten. Ich sterbe, wenn ich da runterkomme. Wahrscheinlich, gell? Ja, ne? Da habe ich das gefunden. Schön. Komme ich hier wieder runter? Okay. Gut, wir gehen den zivilisierten Weg nach unten. Sie stirbt. Okay, wir lassen es mal da oben stehen, weil das ist ja eh nichts, was wir so richtig brauchen. Cool, wieder was gefunden. Was für eine Ecke können wir noch kriechen? Da vorne ist das Ei. Hier haben wir noch eine Müllhalde. Die haben wir natürlich auch mit. Jedes Geld ist willkommen. Okay, das war ein bisschen. Okay, das war ein bisschen. Wir sind wieder einfach so Gegner. Aber warum? Warum sind hier Gegner? Oh-oh. Oh-oh. Au. Ich kann da oben reinhicken. Ach ja, hier darf man hoch. Ach ja, hier darf man hoch. Ach, die bin jetzt auch schon hier. Hallo, ich kenne euch doch. Bei einem Treffer hat es auch gar nicht. Aber du bist viel stärker. So, was haben wir hier für eine Ansammlung? Ach, die sind am Gürtel. Ach, den Hammer schon. Da oben haben wir schon was aufgemacht, aber da kommen wir nicht rein, oder? Kann man in die Röhre hüpfen? Ich will mal gucken, ob man in die Röhre hüpft. Kann man hier oben schon? Wir rüpfen gleich mal in die Röhre und dann gehen wir wirklich zur Oase, ich weiß. Das ist die Oase. Deswegen habe ich eigentlich heute angemacht. Die waren aber schon. Okay, das hier haben wir glaube ich alles schon abgesucht. Da liegt doch kein Mensch rum. Okay, ich will mal gucken, ob wir da in die Röhre kommen. Hier ist wahrscheinlich zugefallen. Ja, da kommen wir schon mal nicht rein. Habe ich ja schon mal probiert, ob wir da oben reinkommen können? Ach ja, ich erinnere mich. Das ist unfair. Und da unten haben wir auch schon rumgemacht. Ich weiß gar nicht, dass die Oase so nah an der Stadt ist. Gut, wir gehen jetzt wirklich mal zur Oase. Geben wir da den Kot ein, dann haben wir wenigstens das gemacht. Wunderschön. Ach, wir haben es geschafft. Hä, was ist denn da vorne los? Hä? Was ist da los? Wir hocken uns mal ganz kurz hier hin. Waren die da schon immer? So, Kistchen, ich komme. Wieso? 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 So, viermal Gin, Alpha und dann noch irgendwas. Das konnte ich mir merken. Alpha. War es eine Null? Ach, es war echt eine Null. Das war eigentlich doch gut. Könnte man sich gut merken. Okay, was ist das? Was ist das? Seit wann ist das hier? Ist das so passiert? Okay, jetzt will ich offiziell in Urlaub. Okay, wir können uns... Warum? 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 Wie fühlst du dich? Soll ich mich mal überall drauflegen? Boah, das tut doch im Hinterkopf weh. Ja, sie macht überall was anderes. Okay, wir legen jetzt einfach uns überall drauf. Hier haben wir uns auch noch draufgelegt. Oh, was gibt es denn da? Das wird nicht schlecht. Banane, Äpfel, Weinchen, sogar eine Drachenfrucht, Mango, Spieße, Kuchen, Hähnenschenkel. Das ist ja herzallerliebst. Gab es nicht mal die Diskussion um einen Fotomodus? Ist das hier dafür da? Aber es gibt doch gar keinen Fotomodus, oder? Also ich bin nicht so der Fan von Fotomodus, muss ich sagen. Ich nutze das nur, wenn ich es irgendwie machen muss und für irgendwelche Quests brauche, wie bei Final Fantasy oder bei Forspoken oder so. Sonst benutze ich den Foto Dings eigentlich nie. So. Wunderbar. Cool. Und nun? Ich möchte gerne auf dieser Pizza fahren. Oder auf dieser Ananas. Okay, das ist scheinbar nur Deko. Okay. Ja, wir haben jetzt hier offiziell Deko. Hm. Okay. Gut. Nehmen wir einfach mal hin. Da ist nun unser Mensch. Wo es auch interessant ist, dass er als Mensch zählt überhaupt. Komisch. Naja. Interessant. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir haben eine Kleidung, ein Kleidungsstück gefunden und haben an der Oase etwas Schönes entdeckt, mit dem wir nichts anfangen können. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleib gesund. Bis morgen. Tschüss. 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 doom D heels. Tschüss.